Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts from the New World, habe ich fast vergessen euch zu begrüßen. Ich habe einfach hier so gesessen und Hallo, 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 Kartontest gemacht und habe einfach, ist mir aufgefallen, ach ich nehme hier gar nicht auf. So, wir befinden uns wieder in der I2Cave. Ich habe vorhin auch überlegt, was machen wir eigentlich hier. Aber wir sind auf der Suche nach einem Uma, einer Uma, die ein bisschen komisch ist. Also, ich weiß auch nicht, ob es der letzte ist oder der letzte. Wir schauen uns nochmal ganz schnell die Beschreibung des Umas an, der Uma, Uma Info hier. Legendary Sea Monster. So, Habitat, Polynesian Island, genau, da sind wir gerade, es hat bisher noch keinen Namen. Ein mystisches Biest, das, ich habe vergessen, was Warship heißt, heraufbesporen oder so, als Gott auf einer Insel in den südlichen Seen. Äh, Insurance in Fishing. Ach, die, die Ureinwohner, ähm, irgendwas mit Fischen, irgendwas mit Fischen gehen. Äh, Placing Items of Corresponding Colors Around a Colored Stature in a Cave. Okay, also, ähm, wir müssen mal schauen, äh, alles, was wir jetzt finden. Wir haben ja blaue Statuen, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob die roten auch noch funktionieren. Die schwarzen haben ja keine Farbe. Äh, da werden wir jetzt immer mal was anderes hinlegen und schauen, ob das Vieh da tatsächlich kommt. Hier haben wir ja schwarz, das ist, schwarz zählt ja nicht. Zählen die blauen überhaupt? In welches Stadium meint er denn? Ach, genau, falsche Richtung, sorry. Sorry. Oder meint er ganz hinten die? Stimmt, man kann ja hier durchgehen, habe ich ganz vergessen, sorry. Sorry. Ähm, dann mal bitte auf die Karte schauen. Oh, come on. Come on. Ah, yeah! This, this, come on. This, come on, this, come on. Eat this! Oh, come on, this, come on. FUSION! Ich will immer wieder Tatanka sein. Ich weiß noch, wie ich es bei Final Fantasy X 2 geliebt habe, die Weiber umzuziehen. Ich wollte immer unbedingt diese krasse Fusion haben, weil es gab doch immer diese Fusion, die man machen konnte bei Payne, Riku und Juna. Juna hatte so ein Blumenkleid dran und die sah aus wie eine riesige Brautblume. Und Payne hatte doch diese komischen langen spitzen Beine mit dem, was aussah wie ein Gerät, seltsamerweise. Und Riku hatte doch dieses Allbettgerät unter ihrem Hintern sitzen. Und da habe ich immer extra so ein Sphérobrett genommen, letzte Chance oder so, oder irgendwie so hieß das. Und dann musstest du nur einmal dich umziehen und noch ein zweites Mal, dass dieser Strich voll ist. Und dann konntest du direkt das Vieh rufen, das ganz, ganz starke. Weil normalerweise, wenn du so viele Kostüme in einem Sphérobrett drin hast, dann musst du die alle strenger machen, um dieses Spezialkostüm rufen zu können. Da fand ich es aber voll geil. Ich hatte aber, glaube ich, nie alle Kostüme. Habe es aber auch nicht durchgeführt, um das zu werden. Der 10 war ja Sinn, der Endgegner. Und was war es nochmal beim X2? Ich kann mich nur an Yblon erinnern. Die war so der Lebensbösewicht. Oder war es ein 10-2er auch Sinn? Aber Sinn war eigentlich im 10er. Hm, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie die sich verwandelt haben, die Weiber. Ob die alles so eine Sequenz hatten, oder ob das wie bei Shadow Hearts von Covenant war, dass die sich einfach so verwandelt haben. Da kann ich mich leider nicht drüber erinnern. Sogar noch die Remastered-Version hier. Für die 4. Aber mir hat es nicht so richtig gefallen, muss ich sagen. Auf der, also diese Remastered-Version, die sah ein bisschen platt aus. Ich glaube, wenn ich es nochmal spiele, würde ich lieber auf der PS3 spielen, weil ich glaube, X und X2 laufen. Ich glaube, die standen auf sämtlichen Listen drauf, dass sie laufen im Shadow Hearts damit, die so ein Problem hatten. So, das schauen wir mal. Falscher Knopf. Richtiger Knopf. Ich überlege. Ist mir da oben in die Ecke. Es bringt schon mal nichts, wenn wir hier lang gehen. Wir müssen auf jeden Fall hier hin lang gehen. Ah, ich wollte doch mal dieses andere probieren. Ach, das ist leider der Frank. Mist. Das ist leider der Frank. Das ist leider der Frank. Die sind wieder so weit auseinander. Wenn wir den jetzt umbringen, dann sind wir direkt nochmal dran. Dann schicken wir auch das andere Vieh tot hier. Ah, so natürlich. Das ist jetzt sehr schade, denn so schaffen wir es glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Ach, was ist denn los? Das ist unter Kontrolle, glaube ich. Oh Gott. Könnte aber auch sein, dass ich heute schon ein bisschen müde bin. Aber schon mal einen Kaffee. Deswegen geht es jetzt aufwärts. Also, ich würde jetzt erstmal grundsätzlich einfach so geradeaus zum Dingslaufen, zum Endgegnerplatz. Und würde da einfach irgendwas hinlegen. Weil da lag doch irgendwas komisches, irgendwas Rotes. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Korrespondenzmäßiges dafür haben. Ich bin verwirrt. Wir haben nicht einen Gegner jetzt hier gesehen. Tent. Klagen wir unser Zelt auf. So. Und jetzt wird erstmal gedartet. So, sind wir hier hoch. Ah, da ist nicht hin. Nein, ihr seid mir alle zu nah beieinander. Wie weit stehen die denn auseinander, die Dödel? Ah, wenigstens so. Du kannst machen, was du willst, gell? Gale Vortex stimmt. Gut, das gibt's ja auch noch. Ah, so. Wir hauen sie erstmal alle ein bisschen an. Und jetzt tun wir so. Oh Gott, das will ich hier nicht dran. Oh nein. Haben wir gespeichert? Ja, okay. Oh Gott, das will ich jetzt überleben. Ich bin mir da nicht so sicher. Äh. Dann können wir direkt nochmal zurücklaufen und ein Zelt benutzen. So, schauen wir mal. So schön, dass alle fliegen. Und dann können wir jetzt mal. Nee. Gefällt dir gerade was nicht. Nee. Übrigens musste ich heute noch nicht mal Melina's Schwert runterschmeißen. Es lief direkt. Sehr zimmerweise. Nee. 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 Nein. Drunk and fast, I'm still happy to alcohol, I don't know what unconscious means, but it's crazy. So. Ich glaube, die Shania kriegt irgendwie einen Krummbuckel, wenn die ganze Zeit so stehen muss. Obwohl, müssen wir nochmal zurück? Nur der Johnny ist ein bisschen am Abkacken. Aber das geht schon. Warte mal. Wir heilen ihn mal mit sich selbst. Ach, da hätten wir auch nicht in Ricardo leben können. So, also da nicht. Das sind nur Schwarze. Wir müssen aber auf jeden Fall trotzdem hier oben lagen. Wir kommen da nicht vorbei. So, hier müsste es eigentlich... Ich weiß, wie man was das sagt. Was sagt der? Ach, Scallop Mist. Wir brauchen doch Schrimps. Schrimpies. 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 Haha, da ist jemand, angegiftet. Du musst es angreifen, aber du bist auf Charter Lane. Johnny, du musst es wieder tun. Du musst es in der richtigen Richtung. Ja. 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 Ja.